Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Da sind wir wieder, diesmal ein wenig verändert. Wir sind gerade aktuell in der männlichen Elberform und ja, ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Ich möchte euch natürlich auch vom Laufenden halten. Wir hatten das letzte Mal einen schönen Livestream und da kamen viele reiche Hilfe, ja, hilfreiche Tipps und Tricks an der Stelle mit hinein. Vielen Dank dafür und ihr seht, dass wir in Lenkra-Chester-Chir natürlich ein wenig vorangeschritten sind. Es gab wunderschöne Rätsel, es gab einige neue Reichtümer, die ich euch gleich noch zeigen werde und uns fehlen noch ein paar Artefakte, genauso wie ein Reichtum, wo ich nicht rangekommen bin. Wir werden uns natürlich weiterhin der Hauptmission widmen, jetzt wieder an der Stelle, weil ich Lust habe, natürlich auch weiterzumachen. Wir sind ja schon im Kapitel 2, da geht es ja darum, dass der König sich ja versteckt hat, ne, weil, falls er nicht die Geschichte mitbekommen hat, dann, ne, möchte ich euch darauf hinweisen, guckt euch bitte die älteren Folgen an, damit ihr wisst, wo wir stehen. Wir stehen auch aktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, 10% in der Hauptgeschichte, das heißt, auch wenn ihr vielleicht jetzt hier an der Stelle etwas verpasst habt, ähm, so kommt wohl noch einiges. Zu den ganzen netten Schätzen, ja, ich meine, so sehr ihr seht das mal, ne, der männliche Kerl hier, ein Prachtkerl in Person, haben wir ein paar neue Gegenstände gefunden. Unabhängig den Aufwertungen, die ich natürlich durchgeführt habe, die auch immer, immer teurer werden, wie ihr seht, ne, mehr Leder, mehr Eisen und so weiter und so fort, haben wir nämlich hier in diesem wunderschönen Gebiet das Jägerset gefunden. Zwar leider noch nicht komplett, es ist ein 5er Set, aber es ist halt die Schule des Wolfes und, äh, der Bonus, der dazukommt mit mehr Tempo und dass wir natürlich mit unseren Fernkampfschaden mehr Schaden machen, wenn das Ziel über 20 Meter entfernt steht, ist es schon ganz, ganz, ähm, cool, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne. Ich meine, das Set sieht jetzt vielleicht noch nicht allzu edel aus, aber ich glaube, oh, da wollte ich nicht hin, aber ich glaube so, im Laufe der Zeit kann man sich das ja mal angucken. Wo die Locations sind, das möchte ich natürlich jetzt hier an der Stelle nicht verraten, das dürft ihr gerne selbst auch herausfinden oder ich mache vielleicht je nachdem mal einen Guide darüber, das weiß ich noch nicht, aber wir haben den Kopf, wir haben die Armschienen, die Füße haben wir noch nicht gefunden, äh, wir haben den Umhang schon gefunden vom Jägermantel, ne, also so viel fehlt ja jetzt nicht. Die Brustrüstung war jetzt auch noch nicht dabei und an den Waffen hat sich, glaube ich, auch nicht allzu viel getan, außer, dass wir, glaube ich, einen neuen Sperr dazu bekommen haben. Entweder war es hier der Sperr, ähm, der halt die kritische Chance erhöht, wenn wir von mehr als drei Gegnern umgeben sind, was ich sehr, sehr cool finde, oder es war der schöne Sperr hier Richtung Grabe. Tempo wird durch Ausweichen erhöht, ist sehr, sehr interessant. Ich habe mich auch im Laufe des, ähm, ganzen Streams mal ein bisschen umgeguckt, mit den anderen Waffen rumhantiert, bin jetzt wieder aber zurückgekehrt zu dem Bärenschild und der Bärenklaue, weil ich finde es einfach optisch schön und das Auge ist ja auch bekanntlich mit. Den Drachenschild habe ich auch ausprobiert. Das Schöne ist ja, wir tragen ja einen leichten, ähm, Schild, auch wenn es der Bärenschule angehört, wir haben aber natürlich auch den schweren Schild. Den einzigen Unterschied, den ich irgendwie gesehen habe, ist, dass wir nicht so viel Ausdauer benötigen, wenn wir halt blocken und wenn wir parieren, ist es natürlich immens, ne, aber das Drachenschild fand ich persönlich ein bisschen zu langsam, wenn ich ehrlich bin. Ne, ich meine, auch wenn wir halt dann wirklich, äh, blocken sollten mit dem Schild, dann ist dieses Schild auch so massiv, dass wir uns nicht mehr bewegen können in dieser Zeit, ähm, dementsprechend. Aber da müssen wir halt mal gucken. Ich mag ja Schilde persönlich sehr gerne. Wir haben auch hier noch einen schönen leichten Schild, also, äh, so im Großen und Ganzen ist nicht wirklich viel dazugekommen. Äh, an den Aufgaben hat sich auch nicht so viel getan. Ähm, die Geschichte der Verborgenen, in der Welt der Träume, genau. Äh, also alles, was wir halt so erledigen mussten, mussten wir erledigen. Ich habe noch eine Aufgabe gemacht für den Jäger. Ihr habt er dann in dem Sinne leider verpasst. Ihr müsst entschuldigen, ne, es war keine Absicht. Und, ähm, wir werden den Rest natürlich jetzt hier weiterhin gemeinsam durchspielen. Wir sind aber gut gelevelt. Ich meine 63 Fertigkeitspunkte, so sieht das Ganze aus. Ich habe das mal hier vorbereitet. Es gibt nämlich einen kleinen Trick, der mir auch verraten worden ist, damit wir das ganze Sternen, äh, Bild sehen. Denn, wenn wir Punkte verteilen sollten, wie zum Beispiel hier in den Nahkampf, ja, unabhängig jetzt davon, welchen Weg wir gehen, und wir sollten an die Kante kommen eines anderen Bildes, wird das ja freigeschaltet. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Und wir dürfen ja ohne Probleme unsere Punkte zurücksetzen. Und dann bleibt der Nebel dann offen. Ja, das heißt, ihr dürft, wenn ihr erstmal ordentlich Punkte habt, überall in jede Richtung einmal investieren und jedes Mal immer eure Fertigkeiten zurücksetzen, zumindest die Punkte dafür. Und so sieht dann das ganze Sternenbild aus, die ganze Konstellation. Und, äh, für mich war es halt persönlich mal interessant zu wissen, was gibt es hier? Es gibt noch mehr Adrenalinverbesserung, die letzte Rettung. Also, wir haben in jedem Baum, ähm, wirklich etwas, was ich gerne haben möchte. Und jetzt würde das auch dementsprechend auch Sinn geben, wenn wir manche Gebiete haben, wo wir erst mit einer Stärkestufe von 280 hingehen, weil es doch sehr, sehr interessant ist, was wir hier alles vorfinden. So, deswegen, ich wollte euch mal zeigen, wie groß das ist, ohne irgendwelche Spoiler. Ich werde nach wie vor auch in den Roten Baum investieren. Da werde ich jetzt gleich erstmal, ne, mir einen Überblick verschaffen, in welche Richtung wir denn gehen werden. Ich meine, hier oben mit dem Stampfen ist so und so der erste Weg, den wir gehen. So, wir werden auch hier in die Gesundheit übergehen, in den Bären. Und ich glaube, einmal komplett drumherum. Denn jetzt ist die Entscheidung, in welche Richtung möchten wir gehen, werde ich dann nochmal hier drüben in die Adrenalinverbesserung gehen, werde ich hier in Adrenalindränger mit hinübergehen, mit der Schildparade. Solche Sachen sind halt mit dabei, die möchte ich mir jetzt gerne mal ein wenig näher angucken und natürlich auch ein bisschen mit den Punkten hantieren, damit wir relativ gute Fähigkeiten oder auch in dem Sinne Punkte nicht umsonst gesetzt haben. Wir wissen ja schon, dass wir mit dem Weg des Bären unsere Rüstung genauso wie unsere Waffen verbessern und wir haben natürlich auch ganz besondere Perks mit dabei, wie zum Beispiel hier mit der Bartachs, dass wir explizit Waffen verbessern können. Das gilt jetzt auch nicht nur für den roten Baum. So etwas finden wir zum Beispiel auch in dem blauen Baum, wenn wir uns hier mal eben kurz umgucken. Wir sehen hier zum Beispiel, der leichte Bogen wird verbessert. Also jeder Baum bringt ja etwas mit sich. Hier drüben haben wir den Raubtierbogen und alle Waffen sind insgeheim überall mit reingebastelt worden, so dass sie mehr Schaden verursachen. Finde ich, ist auch ganz, ganz nett. Das heißt, man hat hier die volle Palette in an Vielfalt. Und ja, sage jetzt einfach mal bis gleich. So, ich habe mir mein Bild mal rausgesucht und möchte euch natürlich auch sagen, was ich halt mitgenommen habe. Sieht sehr, sehr wirr aus am Anfang, aber ich glaube, so sollte es einigermaßen gehen. Der Fokus von mir lag natürlich daran, so viele Talentpunkte mitzunehmen, was den passiven Perkern geht mit dem Weg des Bären. Und wir haben halt jetzt wieder erneuter Stampfen dabei. Wir haben den perfekten Angriff mit dabei. Wir haben den Paradeschaden mit dabei. Wir haben diesmal den Krieger-Niederschlag mit dabei. Und zwar einen arglosen Gegner mit der Nahkampfwaffe hinrichten. Dazu müssen wir Shift-Links-Klick drücken. Alarmiert zwar alle Gegner in der Nähe, aber jeder von ihnen, den wir alarmieren, füllt unsere Adrenalin-Anzeige. Finde ich sehr, sehr interessant. Müssen wir mal gucken. Wir haben den Adrenalin-Dränger mit dabei. Und zwar, wenn mindestens ein Adrenalin-Feld gefüllt worden ist, erhalten wir einen Schadens- und Angriffstempo-Bonus. Dieser Effekt verstärkt sich mit jedem gefüllten Feld. Das heißt, je mehr Felder wir haben, desto besser. Ich bin hier oben mit in den Sprintschlag reingegangen. Damit schalten wir wohl die Fähigkeit frei, dass wir beim Sprinten durch zerbrechliche Gegenstände brechen können und Personen zu Boden schubsen dürfen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Das wollte ich einfach mal mitnehmen. Ob uns das gefällt oder nicht, werden wir noch sehen. Ich bin von den Bögen mit der Pfeilsalbe genauso wie mit der leichten Bogen-Kombo weggegangen. Ich möchte auch den Handwechsel nicht haben, weil wir eh den Schild tragen. Wir haben hier hinten noch Schrecken. Hier oben ist halt die Schlachtfeld-Einäscher rum. Gegner, die durch einen deiner Feuerangriffe ums Leben gekommen sind, brennen weiter und können nahe Gegner Feuerschaden zufügen. Das ist... weiß ich nicht. Das stelle ich mir zwar sehr interessant vor, aber ich bin eigentlich hier oben reingegangen, weil ich halt noch einen Punkt hatte, damit wir hier den Weg des Bären mitnehmen. Und wir müssen mal gucken, wie das ist, weil Feuer kann uns auch selbst wirklich fürchterlich wehtun. Wir haben natürlich auch die Adrenalin-Verbesserung mitgenommen. Wir haben den Berserker-Eiferrahmen mitgenommen, weil jedes Mal, wenn unser Adrenalin-Balken ja nicht voll ist und wir Schaden kriegen, senken wir den damit. Finde ich alles andere als toll. Möchte auch gerne wieder in die Beidhändigkeit hineingehen. Hat mir gut gefallen, mit so einem schönen Großschwert und einem Schild zu kämpfen oder halt mit einem Speer. Da müssen wir da mal gucken. Da müssen wir aber noch ein bisschen leveln. Und das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Jetzt haben wir eine Stärke von 64. Das ist natürlich immens. Aber ich glaube, wir kommen damit schon klar. So, wir befinden uns auf der Karte. Ihr seht es jetzt schon, empfohlener Stärke ist 20. Wir sind ja schon deutlich drüber. Wir befinden uns ja hier an unserer Hauptmission in... Ja, ne? Ihr wisst, wo wir sind. Und wir müssen uns ja mit Eva unterhalten, dem sympathischen Kerl. Und bin ja gespannt, was uns da so erwartet. So, ich hab den auch schon ausfindig gemacht. Der sollte, meine ich, hier irgendwo oben auf den Turm sein. Das ist ja immer noch ein Misstrauensgebiet. Und mit dem männlichen Protagonisten, ja, bin ich mal gespannt, wie das so sein wird. Er hat ja eine ganz andere Stimme. Und ich glaube, so kann man sich auch ein wenig besser identifizieren. Als Kerlchen, ha? Hi! Da bist du ja. Dann wollen wir mal mit ihm sprechen. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburg-Rät ist hier ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche. Siehst du? Ich lasse sie von einem Speer prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkhard hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er steht wieder tot oder getürmt. Bleib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe herein. Ich finde hier Synchronstimme eigentlich, ehrlich gesagt, sehr passend. Das klingt doch sehr gut. Und zumal ist die Lautstärke auch nicht so wie bei der weiblichen so extrem hoch. Flieg, Freundin. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir haben zwei Sachen zu erkundschaften. Entweder dort drinnen oder hier drinnen. Mit dem Schlüssel habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns erwartet. Wir werden erstmal hier rüber gehen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin neugierig. Achso, wir können gar nicht. Na gut, dann bitte. Ist ja klar, dass wir eh wieder erwischt werden, ne? Zumindest gehe ich stark davon aus. Wir müssen mal gucken, ob wir gut hier durchkommen. Schleichmäßig ist er halt, naja, ne? Aber da haben wir direkt schon ein paar Wachen. Wir gucken mal, ob wir über die Dächer kommen. Das würde mir ganz gut gefallen. Die Welt ist halt sowas von gut, ne? Es ist halt... Ach, schön. Es war einfach schön. Wir werden auch nochmal zurückgehen in unser Rabendorf und dort dann uns umgucken. Was wir denn da als nächstes dann machen können. Und natürlich auch Überfälle. Ich habe so Lust auf Überfälle, ne? Das ist etwas, was ich jetzt schon die ganze Zeit vermisst habe. Ich glaube, wir gehen einfach hier vorne runter. Sollten wir zumindest, wenn keine Wache unterwegs ist. Und ja. Wir werden mal gucken. Da unten leuchtet es. Interessant. Es geht da so runter. Brauchen wir doch den Schlüssel dafür. Ja, sicherlich gibt es einen Weg. Sicherlich gibt es einen Weg. Wir müssen den Weg nur finden, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drinnen gewesen sind. Höchstwahrscheinlich. Äh, ja. Und ich glaube, ich mag mich, äh, zu erinnern. Da geht es nämlich hinein. Ne, so war es eigentlich nicht geplant. Kannst du nicht nochmal hoch? Bitte geh nochmal hoch. Ja. So, und jetzt einfach rüber. Und hier darfst du dich ja mal fallen lassen. So, haben wir Wachen drin? Denn hier... Diesen Wachen entgeht nichts. Ja, das habe ich mir schon vorgestellt. Wo sollen wir denn bitte hier nach Hinweisen suchen? Ja, die Wachen gucken auch gerade. Ist ja nicht doof. Aber gucken, wenn sie nicht aufhören. Immer weiter so. Jedes bisschen hilft. Die Bauern fangen schon an aufzumucken. Dann erinnere sie freundlich daran, dass sie es Mercia und ihrem König schuldig sind. Du hast Leofried gehört. Bringt alle Nahrung in Sicherheit. Dänen brennen immer wieder Felder nieder. Ohne Essen können wir nicht kämpfen. Ah, das ist richtig. Ja, so viele Götter. Wie kommen die da selbst noch mit? Im Ernst, da wird sich doch jede Woche ein Neues auf. Und damit sind wir sehr gut durchgekommen, möchte man meinen. Achso, nee. Die Verkleidung wollte ich eigentlich nicht ablegen. Der Rabe ist nicht verfügbar. Das war mir klar. Jetzt bin ich nicht mal gespannt, ob wir den wirklich ausfindig machen. Ob wir uns wirklich entscheiden mussten. Sollen wir nach A oder sollen wir nach B? Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Kisten voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kämpflos geschlagen. So, so. Lord Fritz Anweisungen. Erntet die Felder ab und ladet die Karren voll. Die Nahrung wird uns versorgen und wir müssen sie so schnell wie möglich wegschaffen. Ich werde selbst mit den Karren reisen und dafür Sorge tragen, dass sie sicher bei unseren Männern ankommen. In der Zwischenzeit werden wir alles in der Kirche und im Badehaus lagern. Bewahrt Ordnung, bleibt wachsam und wartet auf meine Rückkehr. Das sind die Pläne wohl aktuell. Okay. Denn hier hatten wir nämlich eine schöne Schatztruhe. Da war nämlich dieses besondere Pfeil-und-Bogen-Set drin. Das heißt, hier haben wir uns jetzt schon umgeguckt. Das sollte es gewesen sein. Dann können wir ja jetzt direkt einmal hinüber. Deswegen verzeiht, wenn ich hier ein bisschen vorgeprescht bin. Ich wusste nicht, dass das alles im Zusammenhang daran liegt. Ich glaube, das war jetzt nicht so klug. Ah doch, das funktioniert. Jetzt müssen wir nur umgesehen natürlich einmal wieder raus. Und wenn uns das gelingt, haben wir es hier schon gemeistert. So ein bisschen... Oh je, das war jetzt nicht gut. So ein bisschen Assassin's Creed schadet ja nicht. Na jetzt aber... Nee, nicht runter. Die Steuerung ist manchmal wirklich weird. Aber wir kriegen es hin. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir da rein. Oh, das ist nicht gut. Gut, dann wurden wir halt gesehen. Na Mist, komm mal her. Ah, die Gegner haben natürlich jetzt wirklich keine Chance mehr. Aber nun gut. So, ist wieder Stille. Ich will's hocken. Die Verkleidung direkt wieder an. Und dann schauen wir mal. Sperr. Also Misstrauensgebiete gehen ja. Sperrgebiete sind alles andere als nett. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage, brauchen wir den Schlüssel zuerst? Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Ja. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ist keiner hier. Einfach an den Wachen vorbeigelaufen. Oh. Ach, der Schlüssel ist drinnen. Okay. Dann. Lass uns mal reingehen. Ich glaube, ich habe den Weg schon gesehen. Wir schauen mal. Können wir hier unten rein? Geht das? Oder da oben? Boah, ist das Badehaus groß, ne? Die ganze Location ist halt riesig. Stopp, Pferderist. Wir sollten lieber kämpfen, um Tarmivjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Ha. Der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Burkrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Also, da hat man natürlich auch wieder eine Schatztruhe. Die hatte ich schon, ähm, eingesammelt. Wir müssen an den Schlüssel rankommen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, gehe mal rüber. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht sofort entdeckt. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt den Schlüssel und können dann einfach wieder abzischen. Und wenn nicht, dann kämpfen wir uns den Weg frei. Ist doch klar. Ah, da ist jemand schon aufmerksam geworden auf uns. Ist das der Weg, wo wir durch müssen? Ich gehe mal stark davon aus. Tür aufschließen. Okay, ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Das ist anscheinend der Speer, ne? Wovon ich jetzt mal ausgehe. Wir plündern erstmal fleißig. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich... Ich suche nach Burgred. Du bist Iwas Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Lagerkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Aha. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva. Los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Marsch. Hier lang. Das heißt, wir folgen ihm jetzt einfach am besten. Wer sagt, der kennt sich hier aus. Oh, verdammt. Der hat uns ja direkt schon gesehen. Rutsch mal bitte. Ich will gar nicht kämpfen. Es tut mir leid. Wir werden einfach mal durchlaufen. Der Eva greift also jetzt einfach die Stadt an. Warum? Kämpfe. So ist es. Komm, ich bin ja böse, Schatz. Leg dich direkt hin, mein Lieber. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Außer noch ein paar Pfeile. Das heißt, wir müssen uns sogar hier durchkämpfen jetzt. Oh, das ist natürlich eine starke Sache. Nummer eins. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so funktioniert hat. Oh, die Speerträger. Die sind mir immer ein Dorn im Auge. So. Okay, der ist so gut für Geschichte. Ich glaube, das ist es gewesen. Da haben wir noch einen kleinen. Die grüne Markierung sagt natürlich, dass er... Ui, 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 ui. Kein wenig schwach ist. Ich brenne alles nieder. So, haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Bist du verletzt? Sag was. Ich... Ich glaube nicht. Mein Gott. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Hör dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Ivar? Geobert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Ivar hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Merciers Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Chiopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgritsfrau Ettelschwied ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Ja, das passt. Das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall gut. So, die Gerüchte haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen doch noch an andere Orte anstelle. Das finde ich natürlich herrlich. Mehr untersuchen wollen wir nicht. Und ich glaube, wir sind doch jetzt soweit fertig, oder? Oder hast du jetzt noch irgendetwas Schönes? Mach, was du willst. Stapel die Soldaten hier. Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Ah, kein Gutes. Kein Gutes. Aber ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.